Na, wenn wir wenigstens ein Kräftegleich, ne Kräftegleichheit Aua Hey, was soll denn das? Ach man Haa Ach, der hat uns ja schon, wir sind schon ganz gut verwundet mit dem hier So, versuchen wir den einfach mal hier zu werfen Oh, das hat super funktioniert Oh, das ist nicht Das ist auch ne Taktik. So die ist hierüber, was machen wir mit dem? Das würde ich mal behaupten. Kampf verloren sind alle deine Händen ausgestaltet. Hast du den Kampf verloren? Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was wollt ihr? Ich will mich heilen lassen. Das haben wir gleich. Hallo. So, da haben wir wieder ein paar EP gesammelt. Aber auch nur die beiden, weil die den Kampf gemacht haben. Okay. Ach, wir können mal das ganze Zweck verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Sucht euch! Ich finde das immer geil. Sucht euch was aus. Ja, wir können uns auch gar nichts aussuchen. Weil wir gar nicht genug Kohle haben. Ospanischer Bronzehelm. Ne, wir holen uns erstmal ein paar Handschuhe. So. Dann späsche ich das Ganze. Den ersten Kampf finde ich aber ganz souverän gelöst. So, weiterspielen. Guter Kampf. Aber auf euch anderen beiden Witzfiguren warten Nesro und Jezabella. Ich muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, wer diesen Kampf gewinnt. Bereit? Ja. Wir sind bereit. Viel Glück. Wir haben unseren eigenen Zauberer dabei. Und Nahkämpfer natürlich. Kenne deinen Feind. Ach, die hat einen Hammer. Oder eine Keule oder was das sein soll. So, der Knallkörper ist also eine totale Flachpfeife im Nahkampf. Nahkampf. Und die soll ganz gut im Nahkampf sein. Ach, Mann ey. Wie viel Leben hat denn der überhaupt? Gut. Mir fällt da nicht viel Mana. Okay, Naurum. Du gehst bis dahin. Autsch. Ich bin vergiftet. Hm, was war das denn jetzt? Parade 1 ausweichen 1 in den Seiten. Okay. Nee, pass auf. Du zauberst mal was auf die da. Ich hasse Gift! Ach, Mann. Wir kommen nicht ran richtig. Oh, wie niederträchtig. Ich hasse Gift! Wo ist Schöldron? Wer ist der Nächste? Wo hat die alte den Heiltrank her? Wir brauchen unbedingt. Oh, das war knapp. Mehr Mana. Kälteschock. Wir können hier gar nichts machen. 7. Können wir jetzt endlich mal einen Zauber raushauen? Nein, immer noch nicht. So, der macht ab. Mh, 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 mh. Wie viele verschissene Tränke hat die denn? Wie viele verschissene Tränke hat die denn? Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Ach, verdammte Axt. Da müssen wir nochmal machen, erneut versuchen. Ja, ich möchte ihm den Kampf wiederholen Das heißt, du gehst erstmal bis da hin und dann bis da hin Dann kannst du uns schon mal nicht mit so einem Sonderangriff anhauen Das war Eltran, getrugt! 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 Man, hau den endlich mal um, den Knallkörper! Geht doch! Nein, verdammt! Das war Eltran! Du kannst jetzt den Zuge fälligen und zauber auf die Wolken! Ja bitte, weg ist er! So, hier machen wir mal 50 und 5 Dukaten, jawoll! Was ist denn? Hallo! Hallo! So, wir hätten ja auch pennen einfach können, ne? Ne, können wir nicht! Die Questionet! Ihr seid Gladiatoren! Na gut, aber wie es weiter geht, sehen wir uns beim nächsten Mal an! Ciao, ciao! 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 Ciao!